Vielen Dank. Eiffel, welche Diagnose hast du? Welche Diagnose hast du? Ein, wer steht, TH12. TH12? TH12. Ist relativ weit unten. Genau, unter. Es hat Arme vom Zerbierer und die Beine sind komplett. Ist es komplett, ja? Ja, sie hat leichte Sensibilität. Ich lasse mich gerade überlegen. Christina, which leg do you feel better when I touch it? The right or the left, I forgot. Das rechte. Und aber sie sagt sie, zu seinem Stehen und so, spürt sie erliebe stressor. Und wie lange ist es schon? Und wie lange ist es? Und wie lange ist die Beine? Und wie lange ist es? Ja. Vielen Dank.